So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda ist es eigentlich gar nicht, Cadence of Hyrule. Ich war gerade ein wenig verwirrt, weil normalerweise, ich teste ja vorher immer Synchronität und so, ne, in der Aufnahme. Normalerweise ist das Problem mit der Synchronität ja eigentlich nur In-Game-Sound. Ja, dass ich also zum Beispiel dass man die Grafik schneller sieht, bevor der Baum kaputt geht. Im Moment sollte es passen. So, jetzt im Test war es aber plötzlich so, dass mein Mikrofon komplett verzogen war, obwohl ich wie immer meine 1500 Delay eingestellt habe. Aktuell, damit also, wenn ich etwas sage, die Figur es auch macht, ja, wenn ich sage links, ja das war jetzt beides links, links, links rechts, 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 ja das muss jetzt gepasst haben, aber damit das passt, musste ich gerade das Doppelte einstellen wie sonst. Das hat mich gerade komplett verwirrt. Ähm, wir haben das letzte Mal jedenfalls uns das letzte Musikstück geholt und können jetzt im Prinzip direkt, äh, nach Hyrule gehen. Ich würde aber zumindest gerne noch die Herzteile sammeln. Jetzt ist die Frage Wo sind noch welche? Da ist noch eins daneben. Also können wir hier auf jeden Fall einmal nach links gehen. Und uns ein Herzteil holen. Ach, das ist natürlich, ja klar, links Haus. Da waren wir noch überhaupt nicht. Ach, nee, der Gegner war da oben. Ich erinnere mich. Du, 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 du. Wo komme ich denn an den jetzt am blödsten ran? Ja, weil, ja. So. Hauptsache ist Ruhe. Ähm, dann einmal zack. Du kommst einmal mit. Wo ist es? Wo ist es? Da. Da. So, dann haben wir das. Wie viel fehlen jetzt noch? Zwei Stück. Okay, und dann können wir hier wahrscheinlich uns noch was holen. Achso, das ist nur... Okay. Ja gut, das ist jetzt völlig irrelevant dann. Wir können zwar mal buddeln, dann können wir uns die mitnehmen. Ähm, okay. Okay, dann gehen wir kurz in Links Haus. Ich glaube aber fast nicht, dass da... Wobei, Link dürfte schlafen, so wie Zelda auch, ne? Tatsache. Passiert da irgendwas Spannendes? Nein. Es ist also wie bei Zelda. Es ist ja sozusagen jetzt vor der Zeit, wo Link hier aufwacht. Und sich aufmacht, um Octavo aufzuhalten. Oh wait, das kann man natürlich mitnehmen. Stimmt. Das ist natürlich ganz sinnvoll. Ähm. Aber jetzt gibt's noch irgendwo... Sehe ich spontan noch Herzteile auf der Karte. Ich bin halt leider blind. Es müssten ja noch zwei Herzteile irgendwo rumfliegen. Da ist eins. Das seh ich jetzt. Okay. Gut, dann... Hab ich das ja schon mal gesehen. Dann können wir erst mal da hingehen. Ähm... Da komm ich am besten hin, wenn ich von hier nach links und dann zwei runtergehe. Haut das hin? Kann ich hier nach links? Yes. Ach, das ist ja Hyrule. Da bin ich ja dann sowieso hin. Oh wait, ich seh da was. Da waren wir noch gar nicht drin. Wahrscheinlich eine Feenquelle, ne? Wow. Gar nicht mal. Dann museln wir da mal schnell durch. Da sind Leute dahinter, natürlich. Aber der ist überhaupt kein Problem. Weil wir sind einfach viel zu OP. So. Ach, die muss ich erst... Da muss ich erst die Gegner besiegen. Ja, ja. Ja, füge Viecher. So. Ist auch keine Lust mehr, groß Mühe zu geben. Was haben wir hier? Oh. Verbesserter Boomerang. Nehmen wir mit. Setze ich nur leider nie ein. Äh... Es ist ein Jammer, wie ich die Items nie einsetze hier. Weil ich einfach immer durchwussel. Das ist echt schade. War hier nicht auch mal irgendwann irgendwas? Ah, da können wir gleich mal gucken, was uns hier noch alles erwartet. Aber ja, durch Schloss Hyrule werden wir dann in dem... Ich denke schon, dass wir in dem Part noch Schloss Hyrule anfangen. Hier ist ja gar nichts. Ich dachte, hier war irgendwas. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Ja, gut. Wir wollten ja auch eigentlich gar nicht erst hier hin. So. Der Typ da ist krass gewesen, ne? Den lasse ich jetzt aber schön in Ruhe. Warte mal kurz. Kann ich das wegschieben? Nein. Oh, hi. Alter, der kann einfach... Der ist einfach von überall geschützt. Ist mir jetzt egal. So. Um den geht es jetzt nicht. Darum geht es jetzt. So. Gut. Energie sollt mir wieder genug haben, um hier durchzukommen. Zwei runter war es, ne? Und hier muss irgendwo ein Herzteil sein. Dann räumen wir jetzt erstmal auf. Weil vorher kann ich mich hier eh nicht in Ruhe umgucken. Du musst auf jeden Fall auch ein Verkäufer sein. Ah, gehen wir erstmal da hoch. Aber da müsste ja irgendwo hier was zum Sprengen sein. Ach, da drüben. Man sieht es fast nicht, ne? Man sieht es fast nicht. Huch. War ein bisschen sofort explodiert jetzt. Habe ich irgendeinen Ring dabei? Wahrscheinlich. Und er hat ein Herzteil. Sehr schön. Mehr interessiert mich hier auch gar nicht. So. Ein Herzteil brauchen wir noch. Die Frage ist, sehe ich es irgendwo? Oder bin ich blöd? Da. Da oben ist es. Okay. Gesehen. Erkannt. Und Abflug. Ich könnte einfach hochlaufen eigentlich, ne? Aber ich kann mir auch hierhin teleportieren und dann eins hochgehen. Das geht schneller. Ah, ich kann mich nicht missen. Wie komme ich da hin? Von hier nach links? Äh, rechts dann vielleicht? Hier komme ich nach rechts. Sehr schön. Gut. Ah, das ist ja ganz simpel. Dann ist ja gut. Okay. Ich frage mich, ob es sonst noch irgendwas relevant ist. Weil die Spezialwaffen kriegen wir anscheinend gar nicht. Er scheint nur seine Waffe zu haben. Und mehr kriegen wir anscheinend nicht. Damit haben wir auf jeden Fall alle Herzen vollständig. Na, jetzt ist halt die Frage, was könnte es noch? Ich meine, ja, ihr hier sind noch Items frei. Das ist mir klar. Aber ich habe die bei Link auch nie eingesetzt. Ich weiß gar nicht. So Flaschen wären halt noch cool. Die anderen zwei Flaschen zu haben, wäre noch cool. Dann könnte man da die Tränke reinfüllen. So für den Fall der Fälle. Aber wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Was könnte ich da jetzt noch tun? Ich könnte mich um den Boss noch kümmern. Den können wir mittlerweile machen. So ein paar Minibosse könnte ich noch abfrühstücken. Wollen wir das noch kurz machen? Frühstücken wir noch ein paar Minibosse. Vielleicht kriegen wir da noch die restlichen Amulette. Aber die brauche ich eigentlich jetzt auch nicht mehr. Im Prinzip haben wir jetzt alles fertig. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ach, guck mal, hier über mir ist auch ein Boss. Dann nehmen wir den doch gleich noch mit. Ach, die explodieren sofort die Bomben. Deswegen. Habe ich wahrscheinlich gerade einen Ring dabei, der das macht oder so. Okay, ich räum die eben hier kurz auf. Allerdings weiß ich, wie ich zu dem hochkomme jetzt. Äh, hier ist nichts, um da hochzukommen. Hier ist kein Stein. Hä? Vielleicht kommt der runter, wenn ich die anderen erledigt habe. Ah, das war ein Hühner. Scheiße. Ich habe hier jetzt halt echt keinen Stein. Wie kriege ich den da runter? Mit der Bombe? Nice. Komme ich zwar nicht ran, aber ich habe ihn erledigt. Toll. Ah ja. So ein Kampf ist das. Sollten wir hinkriegen. Und wenn wir dann mal wieder genug Geld haben. Schau. Wenn wir dann mal genug Geld haben. Können wir uns ja auch, ähm... Getränke kaufen. Äh, also den roten Trank kaufen. Dann haben wir das auch sinnvoll aufgeta... Hä? Ach, muss ich die noch erledigen? Ach nee, da unten ist noch einer. Ah, und da drüben ist auch noch einer. Ah, die nervigsten Gegner des Spiels, ganz ehrlich. So. Ja, okay. Die kann man auch noch mitnehmen. So. Werde ich zwar auch nicht einsetzen, aber was soll's. Gut. Ähm... Hier drüben wäre noch ein Boss, da komme ich jetzt so nicht hin. Direkt hier in der Nähe ist erstmal nix, dann teleportieren wir uns. Einmal hier hoch. Machen den Boss da drüben, der uns als erstes besiegt hatte. Ärgerlicherweise. Ach, hier sind keine Feen drin, ne? Jetzt wollte ich mir eine Fee holen. Naja, kriegen wir den... Wir kriegen den auch so down. Herzen haben wir voll. Abflug. Ich hatte ja nur zu wenig Energie beim ersten Mal, als wir denen entgegengetreten sind. Jetzt kriegen wir das schon hin. Jetzt haben wir ja auch Bomben. Ach, aber der hat überhaupt keine... Ach doch, da ist eine Truhe. Achso. Wollte kurz sagen, wie komme ich jetzt da raus? Ei starb! Yay! Auch den werde ich kaum einsetzen. Machen wir schon. Vielleicht zwingt mich ja Schloss Hyrule dazu, ein paar Items einzusetzen. Wir werden sehen. Wo geht's jetzt hin? Da ist unter mir der nächste Boss, beziehungsweise in dem Fall über mir. Aber erst wieder Energie sammeln. Das wäre ganz sinnvoll. Dankeschön. Okay, das sollte reichen. Übertreiben müssen wir es jetzt auch nicht. Wahrscheinlich da oben drinnen, ne? Aber war ich da nicht schon mal drin? Habe ich den dann nicht besiegt? Oder bin ich doch nicht reingegangen? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es gleich wissen. Doch bin ich auch einfach nicht reingegangen. Keine Ahnung. Ach, geh weg. Ich glaube... Ja, ich glaube, da hatte ich zu wenig Energie, um mich auf dem zu kümmern. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich glaube, so war das. Ja, toll. Diamant. Ah, die Bomben nehmen wir noch mit. So. Eine ist es zumindest. Okay. Aber er ist von der Karte runter. Ich glaube, direkt unter mir war hier auch noch ein Boss, ne? Wollte ich nicht, aber kann ich kurz... Ja, genau, da unter mir ist auch noch ein Boss. Dann gehen wir da auch noch hin, geschwind. Geh weg. Da waren wir noch gar nicht drin. Der ist nämlich hier. Dann erstmal wieder Energie sammeln. Ach, da komme ich wieder nicht durch. Alter, was ist denn hier los? Wir kriegen auch gerade richtig viel Geld. Das ist sehr gut. Da werde ich jetzt ganz kurz erstmal folgendes machen. Äh, ganz, ganz kurz. Oh, nice. Gehen wir erstmal hier hoch. Und kaufen uns einen roten Trank. Der ist nämlich besser als eine Fee. Denn es heilt mich komplett. Anstatt, dass eine Fee nur 8 Herzen gibt, ne? Deswegen sind die Tränke deutlich besser. Und ich brauche mehr Flaschen. Deswegen brauche ich die anderen Flaschen eigentlich noch. Ich hätte gerne dreimal rote Tränke. Ne? Das wäre eigentlich ganz cool. So, jetzt gehen wir hier runter zu dem Boss. Wenn wir Glück haben, gibt ja der Boss auch nochmals duft. Anhand Flasche oder so, ne? Das ist so das, weshalb ich gerade die Bosse mache. Nicht wegen den Diamanten, sondern wegen Flasche. Könnte halt Flasche geben. So, jetzt gucken wir noch ganz kurz, ob wir hier irgendwie noch Herzen kriegen. Ansonsten gehen wir halt so einmal rein und gucken mal, ob es ein schwieriger ist oder ein einfacher. Ja, da kriegen wir hin. Okay, es sind zwei davon, aber auch das ist nicht das Problem. Ich muss allerdings aufpassen, in der Ecke ist wahrscheinlich noch so ein Ding. Ne, gar nicht mal. Ach, da oben sind die Viecher wieder drauf. Ich erinnere mich. Nein! Oh, ich hasse das. Ich hasse es, wenn ich das mache. Aber ich kann so nicht hoch, ne? Hab's wieder versaut, richtig? Ich komm da nicht mehr hoch jetzt. Wenn ich jetzt rausgehe, kommen die wieder, oder? Kann ich vielleicht das Ding da drauf werfen? Ja, dann sterben die nicht. Scheiße. Kann ich die mit Bomben killen? Nein. Ah, ich muss raus. Muss ich nochmal mit mehr Energie rein? Das war jetzt wieder blöd. Kann ich mich denn schnell mal komplett heilen? Ähm. Ganz schnell komplett heilen. Da müsste das gehen. Bullshit. Quatsch. Quatsch da. Oh, ah, ne, hier natürlich. Da ist noch ne Fee drin. So, komm, hier. Dankeschön. War doch vorhin sogar noch drin. Es ist halt nur keine Fee im Sinne von, äh, Dings drin. So. Äh, welcher Raum war denn das jetzt, wo ich gerade... Ah, der hier passt schon. Ich darf halt einfach den Stein nicht wegwerfen. Oh, das wär... So, das wär sinnvoll. So, dann machen wir einmal den hier. Ich werf das jetzt einfach seitlich. Jedes Mal mach ich in dem Raum Fehler. Es ist unglaublich. Zack. Tschüss. Tschüss. Geh mir nicht auf den Nerv. Und dann das hier noch. Jetzt hab ich das... Ah, jetzt hab ich das genau so geworfen, dass ich nicht hochkomme. So. Giftpfeile. Nicht die Flasche, die ich wollte. Weil gar keine Flasche. Okay, da ist noch ein Boss. Da laufen jetzt einfach so hin. Ich hab dabei noch ein bisschen coole Musik. Yay. Ach, der ist da oben. Null. Ein bisschen Bomben wieder aufladen. Da ist sogar noch ein Zahnrad. Aber das brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Wir haben ja die Zahnrä... Wait, ich komm hier gar nicht nach links. Ach, hier will ich auch gar nicht. Ich will runter und dann nach links. Rechts. Ja, da will ich hin. Ach, Herzen passen eigentlich, ne? Brauchen wir gar nicht noch mehr machen. Ah ja. Da ist ein Boss. Das sieht auch... Wait, hier ist aber auch was. Oh. Wollen wir uns erst mal um den Raum hier. Okay, neue Fackel. Kann man mitnehmen. Ach so, ein kleiner Leune. Na, mit Enterhaken. Bessere Enterhaken ist das dann, glaube ich. Ne? Wir haben einen Fanghaken, haben wir schon. Genau. Schön. Werde ich nur leider auch nicht einsetzen. Ah, es ist schlimm mit mir, ich weiß. So, räumen wir hier noch auf, dass wir noch den Diamanten mitnehmen, den ich nicht einsetze, aber ich brauch sie halt nicht mehr, die Diamanten. So, Diamanten sind für den Anfang des Spiels ganz cool. Aber dann ist halt auch irgendwie vorbei. Mit der Nützlichkeit. So, aber wir haben sie. Gut. Aber da oben ist doch noch irgendwas. Das war noch gar nicht der Boss, oder? Dieses Ding hier ist doch noch. Also ich glaube, aber dann muss ich jetzt erst mal hier alles besiegen. Oh, das sieht verdächtig aus, dieses Teil da oben. Komm ich denn da rein? So. Oh, das ist Mimikry. Gefahr von oben. Oh, ah, okay. Schieß mitgeholt. Ach, da ist noch einer. Ach, so'n Ding ist das. Ah. Alles klar. Gut. Wo kann man jetzt noch hin? Da ist noch ein Boss. Das ist am Hyliassee. Links davon. Was? Okay. Toll. Ich kann jetzt aber gut raus da. Wo habe ich denn da was übersehen? Da war ich doch auch komplett, oder? Wo war ich denn da wieder nicht drin? Hier oder was? Da ist zwar eine Treppe. Ist das jetzt überhaupt der Raum? Nein, da ist der Raum. Ach so. Also in der, in dem, dem oberen Viertel hier habe ich was übersehen. Das ist ja jetzt blöd. Aua. War das Viech der Boss? Das, jetzt, nee, ich, äh? Jetzt ist er nicht mehr, wird er nicht mehr angezeigt. Ah, da war dieses Ding auf der Oberwelt, der Boss. Okay. Da ist noch einer. Und direkt daneben ist auch noch einer. Okay, die zwei frühstücken wir noch weg. Da komme ich am schnellsten, wenn ich von hier aus so runtergehe. Das war der Raum. Ich wollte gucken, ob ich Energie herkriege, ist schnell noch ein bisschen. Okay. Wie erwünscht, denke ich hier ein bisschen Energie her, das ist gut. So. Ach, da oben ist wieder so ein blödes Viech im Wasser. Habe ich keinen Bock drauf jetzt. Okay, hier drüben ist der Boss, ja? Ah, der ist wieder auf der Oberwelt dann, ja? Aber die Truhe ist gut hier, die rumfliegt. Das Problem ist natürlich mit den Truhen auf der Oberwelt. Die können auch gutes Zeug haben. Aber ich sehe nicht, ob es eine rote oder eine blaue ist von der Karte her. Und die roten sind natürlich nutzlos. Oh, das war knapp. Äh... Kriegen wir das jetzt hin ohne... Oh je. Wir haben ein Problem, Leute. Ah, da ist meine Flasche weg. Ich dachte, ich kriege den noch vorher, aber ich bin ja im Wasser. Egal. Neue Flasche kann ich kaum... Äh, nicht Flasche nicht, aber Dings ist weg. So, ich komme jetzt an den da hoch. Kopf der mal runter. Mein Gott, das hat gedauert. So. Das Höhlen-Amulett. Höhlen und Läden. Kann man mitnehmen. So. Ähm... Dann nehmen wir noch einen Boss. Ah ja, unter der Vase. Was ist mit dem da unten verkehrt eigentlich? Ah, diese... Diese Dinger da, ne? Die nerven mich dermaßen mit ihren Steinen. Weil mich kann als Octavo eigentlich nicht vernünftig gegen die Kämpfe... Außer, aber ich würde wahrscheinlich irgendwie so ne... Keine Ahnung, so ne Dings einsetzen. So ne Stab oder sowas. Irgend so ne... Was? Ach, ohne Treffer muss ich das machen. Äh... Leck mich doch fett. Oh, das ist nicht, was ich gesucht habe. Aber das kann man auch kurz nutzen. Dann war das doch wieder auf der Oberwelt, der Boss. Okay. Meinetwegen. Dann üben wir jetzt mal. Jetzt ist der Boss ja weg. Ne? So, wenn es nur einer ist, geht es ja... Ah! So kann ich das machen. Mist. Ich muss halt eine Möglichkeit finden, den zu besiegen, ohne getroffen zu werden. Und der schießt aber halt... Und der wird nicht mit zwei... Wahrscheinlich von der Ferne und dann mit einer Ferne... Aber wir probieren das jetzt mal aus. Wir nehmen dafür mal den Enter-Hakenbeer. Oder Pfeil und Bogen würde wahrscheinlich auch gehen. Egal. Oh, das hat er mich schon getroffen, ne? Dann kann ich wieder rausgehen. Okay, jetzt habe ich meinen... Zwar... Dann muss ich es schon mit Pfeilen machen. Außer er hält dann so lange aus. Nein. Oh, Mann! Also doch mal. Bin ich denn dumm? So. Nur noch die da unten. Und den da. Und jetzt halt den da im Wasser noch. Naja, nehmen wir halt... Besiegt der Gegner? Theoretisch besiegt der Gegner. Probieren wir es mal aus. Ne, der betäubt nur. Probieren wir mal den aus. Oh. Ah, es ist allerdings... Ah, es war genauso wie der Treffer. Aber interessant, dass der das kurz zu Eis macht, das Wasser. Habe ich auch so noch nicht gewusst. Okay. Dann nehmen wir halt Pfeil und Bogen. Naja, mehr Alternativen habe ich jetzt nicht mehr. Ich könnte auch ne Bombe... Ah, Bomben könnte man da aussetzen. Ja, wir nehmen den Pfeil und Bogen. Ist okay. Dann aber gleich ordentlich. Ich kriege da den Blitzpfeil ins Gesicht. Dummes Vieh, ey. Das sind so echt die Gegner, die am meisten einfach nerven. Ah, ich bin wieder zu blöd. Nice. So. Hä? Wann wurde ich denn jetzt getroffen? Bin ich dumm? Hä? Wurde ich irgendwann getroffen und habe es nicht mitbekommen? Hä? Okay, noch leuchtet die Truhe. Ja, jetzt hat es gepasst. Hä, was habe ich denn gerade falsch gemacht? Keine Ahnung. Egal. So. Ähm. Wo haben wir noch einen Boss? Da haben wir noch einen Boss. Okay. Da komme ich auch direkt... Ne, von hier aus nicht. Von hier aus, äh... Weil ich glaube, direkt runter kann ich von hier aus nicht, oder? Genau. Aber ich kann runter... Ah. Ich kann runter und links. Ja. Hier muss also noch ein Boss sein. Ah ja, da waren wir noch nicht. I see. Du, 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 du. Jetzt. Hab zu bald angesungen. Angesungen. Angefangen zu summen. So, ich nehme an, ich muss den Grabstein dann verschieben. Was anderes sehe ich spontan nicht. So, jetzt ist das mal Ruhe. Also. Vielleicht verschiebe ich den Grabstein auch einfach nicht. Ach, da, jetzt sehe ich es. So. Okay, das ist so ein Viech. Aber der gibt mir auch nur Geld. Ich habe ja aktuell die Items-Sicht. Glaubt euch die Fackel. Ja, ich habe die grüne Fackel. Die macht Items-Sicht. Dadurch sehe ich, dass da halt... Rubine drin sind. Aber auch die Rubine sind natürlich... nützlich. Weil wir uns ja dann die Getränke kaufen wollen, ne? So. Äh... Okay. Wo ist noch ein Boss? Wo haben wir noch nicht den Boss weggefrühstückt? Wait, ich sehe doch, dass es lila Kisten sind. Wenn es lila Kisten sind. Oh. Oh. Da ist gut. Da müssen wir noch rein. Da ist ein Laden. Da ist der... Das ist das Tauchding. Das haben wir auch noch nicht, ne? Wait. Natürlich. Das Tauchding haben wir auch noch nicht. Gehen wir erst mal kurz zu dem Laden. Ja, klar. Ja, stimmt. Ich bin ja komplett lost. So. Oh, der hat auch ne Flasche. Der hat ja auch ne Flasche. Oh, die trinke ich. Die finde ich gar nicht draußen. Ups. 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 Ich bin ja komplett doof wieder. Okay. Ähm. Mein Gott. So. Viel besser als was ich gesucht habe. Okay. Prima. Ähm. Jetzt. Dann hier war ne lila Kiste. Die können wir noch mitnehmen. Wo soll die denn sein? Da drin. Da drin. Da war ich noch nicht. Warum war ich da noch nicht? Konnte ich da noch nicht. Da konnte ich noch nicht schwimmen zu der Zeit. Ja, ich erinnere mich. Ach, ich kann ja schon rein. Ach, ich kann ja schon. Stimmt. Ich konnte da noch nicht schwimmen. Ja, warum ich das jetzt angezündet habe. Weil ich's kann. Ach, und das macht hier den Weg auf. Hä, aber man hätte das ja gar nicht anders. Ja, keine Ahnung. Egal. Haben wir jedenfalls. Sehr gut. Wo gibt's noch was Spannendes? Ähm. Hier war noch ein Boss, ne? Genau. Wie komm ich da am schnellsten hin? Hier ist noch der lila Kiste. Ah, Mist. Komme ich hier nach links? Ja. Okay, wie lang nehmen wir schon auf? Oha. Okay, ich werde... Ja, wer, 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 wer... Wir... Machen einfach diesen Zusammensammelpart ein bisschen länger. Das kann ich schon mal machen. Weil dann gehen wir jetzt ja doch noch nicht ins Schloss Hyrule, sondern holen uns erst alles, was wir brauchen. So, hier muss die Kiste sein. Ah, okay. Sind aber nur... Unnütze... Diamanten. Meinet weh. Meinet weh. So. Ähm. Zwei unter mir wäre ein Boss und ne lila Kiste. Komme ich von hier aus dahin, ist die Frage. Schauen wir mal. Ich kann weiter runter, das ist gut. Alter, lass mich nur. Wir hätten genug Geld im Moment zusammen, um alles zu... Oh mein Gott. Da ist mein Boss. Das ist gar nicht so das, was ich jetzt... Äh. Ich glaube, da gehe ich lieber erst hin, wenn ich genug Energie habe. Weil, warte, ich habe aktuell ja eine Fee dabei, ne? Also, ich kann ja sogar noch mehr Energie bekommen. Ja, wir kriegen, wir kriegen den Rang schon hin. Ja, wir kriegen den Rang schon hin. Oh, der geht mir so auf den Keks, ne? So. Ist nur noch der übrig? Und dann der Boss. Nice. Dann eben so. Oh, das war eine schwere Geburt. Aber damit haben wir das letzte Teleport... Äh, das letzte Amulett bekommen. Und haben damit auch die Karte vollständig. Sehr schön. Also nicht die Karte vollständig, sondern die Items für die Karte. Na, das meine ich da am Rand. Ähm. Ach, die blöden Dekonüsse. Unter mir wäre noch eine Dekonuss. Und das haben wir auch noch gar nicht, die Höhle hier. Nehmen wir das noch mit. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Nehmen wir das halt noch mit. Aber hier, ne? Kaufen kann ich nix fest. Waffen verbessern kann ich auch nicht. Ich kann mich hier nur heilen lassen. Jaja. Okay. Ähm. Noch irgendwas auf der Karte? Was wird's noch nicht? Irgendwo noch eine... Da ist noch ein Herzteil. Hä? Ach stimmt, das fehlt ja. Hä? Nee. Hä? Wie kann denn noch ein Herzteil fehlen? Hä? Jetzt bin ich aber komplett lost. Wieso wird da noch ein Herzteil angezeigt? Ich hab doch alles voll. Oder nicht? Oder doch? Hä? Was ist jetzt kaputt? Welcher Raum war das, den ich gerade auf der Karte gesehen habe? Bin ich dumm. Noch eins höher. Ne. Hä? Da drüben. Das ist schon der. Alla. Okay, wir klären mal kurz den Raum hier auf. Aus. Ja, das geht fast meine Deku. Mein Deku-Kern. Aber hier ist's doch. Äh? Ist hier was zum Sprengen? Ah. Hab ich das nicht erkannt. Das... Hä? Hä? Jetzt bin ich aber wirklich komplett verwirrt. Ich hab doch... Kann er mehr sammeln? Hä? Kann er mehr Herzen... Hä? Gibt es noch mehr Herzen auf der Karte? Müsst ihr nochmal drei geben. Ähm... Da sehe ich nix mehr? Ähm... Ähm... Da oben sehe ich noch nen Boss. Machen wir kurz noch den Boss. Dann mehren wir den Part erst mal. Und dann gucke ich mal in Ruhe. Äh... Zwischen den Parts. Zwischen den zwei nächsten Aufnahmen. Oh, da wollte ich nicht rein. Ob was auf der Karte noch angezeigt wird. Was ich noch ganz schnell machen kann. So, hier ist noch ein Boss, ja. Ist damit wieder das Viech auf der Oberwelt gemeint? Weil hier ist doch nirgendwo was zum... Oder ist hier irgendwo noch ein Geheimgang? Den ich aktuell nicht sehe. Ah ja! Ja, das war jetzt halt nicht so klug. Und tschüss. Oh shit. Das habe ich nicht gesehen. Lull. Okay. Hier sind auch welche. Welche ist gut? Hier ist die ganze Armada. Aua. Gott, was tue ich? Habe ich meine Flasche noch dabei? Ja, okay. Ich muss mich auch noch mal sprengen. Ich meine, muss ich überhaupt? Ich meine, was will ich hier noch? Hier ist ja nichts mehr. Oder ist hier noch... Hier ist nichts mehr. Hier ist keine Truhe mehr. Das war nur für den Boss, ne? Ah, das war doof. Ja, das war nur für den Boss. Hier ist ja sonst nichts mehr. Okay. Da muss auch auf der Karte jetzt auch das Boss-Symbol hier weg sein. Ja, okay. Dann gucke ich mal in Ruhe. Nächstes Mal nochmal die Karte an. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir noch die restlichen Sachen, die noch fehlen. Das dürfte aber jetzt nicht mehr viel sein. Danke fürs Zuschauen.